Herzlich Willkommen im Erste-Hilfe-Der-Arm-Studio bei uns zu Hause. Wir sind Brigitte und Daniel und wir begrüßen euch heute wieder, um euch wertvolle Tipps für Notfälle zu Hause mitzugeben. Ein heutiges Thema, Verätzungen. Wir schauen uns die Verätzung ins Auge an. Brigitte, wie kann es zu einer Verätzung kommen? Also durch direkten Kontakt mit Säuren oder Laugen, beispielsweise auf der Haut kommt es zu Verätzungen und wie stark diese Verätzung ist, das kommt darauf an, wie lang ist der Kontakt da eben von Stoff und Haut und wie hoch konzentriert ist dieser ätzende Stoff. Wo kann man sie verätzen, also am Körper ist, an welchen Körperstellen? Also im Auge passiert es oft, das schauen wir uns heute noch an. Da ist die Hornhaut sehr empfindlich, dann kann man beispielsweise auch sich den Verdauungstakt verätzen, wenn man einen unabsichtlichen Schluck Putzmittel nimmt zum Beispiel, dann geht das, betrifft es wirklich Speiseröhre und runter und im Mund und auch auf der Haut kann man sich eben eine Verätzung zuziehen. Okay und wenn man das jetzt auf das Zuhause, auf der Hand bezieht, wo passieren da die Verätzungen? Ja also oft kommt es vor, dass das mit Putzmitteln passiert. Das heißt, wenn man Putzmittel irgendwie falsch lagert oder wenn man ihn sogar umfüllt, was ganz ganz gefährlich ist, weil der Nächste das dann vielleicht nicht weiß, dass da jetzt ein ätzender Stoff drinnen ist oder beim Heimwerken kann das sein, wenn man lackiert oder so und dann den Pinsel auswascht. Genau, oder vielleicht jetzt in der Zeit, wo man auch, wo viele Leute daheim viel backen, kann man sich beispielsweise auch beim Laumgebäck verätzt. Laumfilzen mag ich sehr gerne allerdings. Unfallverhütende Maßnahmen, Brigitte, gibt es irgendwelche Dinge, die man beachten kann, dass es hoffentlich nicht passiert? Also Putzmittel immer entweder versperren und nie umfüllen, dann für sich zum Schutz beispielsweise Arbeitshandschuhe tragen oder auch eine Schutzbrille kann man tragen und immer aufwarten, eben wenn man irgendwo bei Dingen so Gefahrensymbole sieht. Da haben wir das schon am Schild oben, heißt Gesundheitsschädigend, dieses Rufzeichen. Dann das Schild für Verätzung oder Ätzend habe ich euch mitgenommen, das schaut so aus. Das heißt, da lehrt sich das Säure auf die Hand. Genau. Und dann haben wir da, das sieht man auch öfter beispielsweise bei Putzmitteln, so leicht entzündlich, leicht oder hoch entzündlicher Stoff. Und diese Symbole sind auf den Flaschen hinten drauf. Genau. Wenn es doch passiert, welche Materialien benötigen wir zu einer Versorgung einer Verätzung? Also als erstes etwas Neues, ein neues Material, das wir brauchen sind mal Schutz-Einbekannt-Handschuhe, die hat man ja daheim im Haushalt oder jetzt in der Corona-Zeit hat man vielleicht… Da muss man es schauen, was eigentlich nicht… Hat man es sowieso an, aber da hat man es vielleicht auch mal eher zu Hause, um sich selber nämlich zu schützen. Wenn ich den anderen hilf, dann will ich auch selber in Kontakt kommen mit dem ätzenden Stoff, deswegen Handschuhe dann etwas, was ihr alle schon kennt, das Wasser, auch hier wieder zum Spülen, bei der Verätzung und dann noch ein Verband, eben so ein Verbandsbäckchen beispielsweise aus den Verbandskasten, um das abzudecken. Und da gibt es, kann ich mich erinnern, diese Augenspülflaschen, braucht man sowas nicht zu Hause? Die gibt es immer beispielsweise im Chemiesaal oder eben, wo einfach viel hantiert wird mit Laugen oder Säuren und zu Hause ist es nicht notwendig, da reicht es wirklich wieder das Wasser aus der Leitung zu nehmen und ist ausreichend. Auch heute gibt es wieder eine Challenge. Die Challenge heute ist, finde drei Gefahrensymbole oder drei Dinge, mit denen man sich verätzen kann zu Hause. Schaut auf diversen Flaschen, ob sie diese Gefahrensymbole mit der roten Rad gekennzeichnet, findet es. Drei Dinge in einer Minute. Los geht's! Zähne 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 Musik Ich bin mir sicher, ihr habt drei ätzende Dinge gefunden zu Hause. Bitte schaut, dass ihr die gut verstaut. Wir haben uns in der Zwischenzeit wieder auf die Suche gemacht, nur an einem passenden Notfallort. Und sind da jetzt gelandet im Vorraum, da bei der Türe. Der Daniel, der kommt gerade zurück nach dem Einkaufen. Daniel, was hast du denn eingekauft? Hallo, ein Klopapier, ein Schnellfunk, alles möglich für den Supermarkt. Für den Mund-Nasen-Schutz eh. Ah, dann habe ich zwei, dann habe ich natürlich auch. Okay. Das sollte ich auch noch einmal verwenden. Ah, jetzt muss ich mir gleich die Hand waschen. Ah, jetzt ist mir das abgespritzt. Ah, das brennt. Brigitte, welche Tipps hast du jetzt für uns zur Versorgung einer Verhetzung? Ich habe mir als erstes einmal Handschuhe angezogen, denn wenn ich beispielsweise als Ersthelferin zu jemandem komme, der sich verätzt hat, dann ziehe ich mir zum Schutz Handschuhe an. Ich möchte mich nicht auch verätzen oder mir irgendwie gefährden, deswegen meine Schutz Handschuhe. Okay. Und dann Wasser spülen, das Auge in dem Fall ganz gut ausspülen mit handwarmen Wasser für zehn Minuten, so dass dein Betroffenes das verletzte Auge nach unten geht, dass nicht das andere Auge noch betroffen ist. Und dann einen Verband anlegen, so dass nicht mehr Keime dazukommen und sich das Auge in dem Fall ein bisschen erholen kann. Wie man jetzt richtig das Auge ausspült, das schauen wir uns gleich in der Küche an. Ah, das ist gut. Grämmlich ausspülen, das Auge weit aufhalten. Du hast jetzt ganz gut dein Auge ausgespült, Daniel. Und ich lege dir jetzt noch einen Verband ums Auge herum. Wieder die Wundauflage aufs Auge drauf. Und dann locker rundherum die Mullbinde herumgeben. Brigitte, du hast telefoniert vorhin. Genau. Ich habe die Vergiftungsinformationszentrale angerufen unter 01 406 4343. Ich wollte wissen, was ich tun soll. Und die haben mich gefragt, mit was du dir ins Auge gespritzt hast. Dann habe ich ihnen ganz genau sagen müssen, was das war und ihnen die Nummer durchgegeben. Und die haben dann gesagt, du sollst eben dein Auge gründlich spülen und dann sollte das passen. Bei schweren Verhitzungen ruft man. Dann auch das Auge spülen, 10 Minuten verbinden und dann den Notruf wählen. Brigitte, danke für die Tipps. Jetzt weiß ich, was zu tun ist. Und das Wasser, das tut echt gut. Wir haben wieder ein Quiz für euch zusammengestellt. Das findet ihr wieder auf der Website unter dem Video. Dann seid ihr wirklich Experten auch für Verhitzungen und wisst genau, was zu tun ist. Was passiert bei der nächsten Erste Hilfe Daheim Video? In der nächsten Erste Hilfe Daheim Video schauen wir an, was man machen kann, wenn sich jemand den Arm verlippt. Ich bin gespannt. Also beim nächsten Mal wieder einschalten und denkt dran, wir alle sind das Team Gesundheit. Wir bleiben zu Hause und retten Leben. Ciao. Ciao.